Der FC Augsburg konnte einen Transfer-Doppelpack landen und zwar jeweils zwei recht junge und noch entwicklungsfähige Spieler, die aber beide ablösefrei kommen. Also rein finanziell gesehen hat man da auf jeden Fall schon mal zwei extrem gute Transfers getätigt. Es handelt sich dabei nämlich zum einen um Torhüter Finn Dahmen, der von Mainz 05 kommt und um Patrick Pfeiffer, der von Aufsteiger Darmstadt 98 zu den Fuggerstädtern wechselt. Beginnen wir mit Finn Dahmen, so ist auf jeden Fall klar, dass er den Kaderplatz von Raphael Giekewitz besetzen wird. Noch offen ist denke ich mal, ob er die Nummer 1 wird oder ob es einen offenen Kampf um die Nummer 1 gibt mit Thomas Kubeck, der ja in den letzten Spielen echt nicht schlecht war. Besser wie man es erwartet hätte, als Giekewitz eben verletzt war, dessen Vertrag eben nicht verlängert wurde. Und es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie die Augsburger das lösen. Klar ist auf jeden Fall, dass Finn Dahmen die zukunftsorientierte Option ist, der über kurz oder lang auf jeden Fall als Nummer 1 aufgebaut werden soll. Ich denke, er bringt auch das nötige Niveau mit. Vielleicht wird es am Anfang noch ein bisschen holprig, aber ich glaube, er braucht jetzt vor allem Spielzeit. Und wenn er die bei Augsburg bekommt, dann kann er in ein, zwei Saisons auf jeden Fall ein solider Bundesliga-Rückhalt sein. Klar, jetzt gegen Dortmund hat er schon eine gute Leistung gezeigt im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft. Dennoch würde ich das nicht überbewerten. Auch er hat noch seine Schwächen. Und ich denke aber, für die Zukunft ist es auf jeden Fall eine gute Verpflichtung und ein solider Bundesliga-Torhüter. Und ablösefrei macht man da eigentlich fast gar nichts falsch. Dahmen konnte man, denke ich, auf jeden Fall eine gute Perspektive aufzeigen. Bei Pfeiffer ist das, denke ich, auch der Fall. Dennoch finde ich es ein bisschen überraschend, dass er sich letztendlich für Augsburg entschieden hat. Wenn man jetzt mal Augsburg mit Darmstadt vergleicht, dann sehe ich da eigentlich keinen großen Fortschritt. Sie werden beide voraussichtlich im Abstiegskampf nächstes Jahr in der ersten Liga spielen. Das einzige Argument für Augsburg ist halt, dass sie ein gestandener Bundesligist sind, die eben schon Erfahrung haben über mehrere Jahre im Abstiegskampf und sich immer drin halten konnten. Und ja, auch finanziell wird er da ein bisschen besser verdienen. Dennoch ist es auch ein bisschen überraschend, da er meiner Ansicht nach auch bessere Optionen verdient hätte. Gerade so im Mittelfeld der Liga hätte ich ihn vielleicht bei Mainz oder so gesehen. Aber letztendlich ist es Augsburg geworden, die er auch auf jeden Fall verstärken wird. War letzte Saison einer der besten Innenverteidiger der zweiten Liga. Hat ein gutes Passspiel, aber ist halt eben extrem athletisch bzw. physisch. Er ist mit 1,96 Meter ein extrem großer Spieler, der auch eine gute Physis mitbringt, aber dennoch auch ein gutes Tempo hat. Dementsprechend passt er eigentlich recht gut in das robuste Spiel der Augsburger. Ist zudem torgefährlich. Die Frage ist so ein bisschen, wollen die Augsburger jetzt vielleicht mal nach einer Saison mit Enrico Maasen ein bisschen mehr Fußball spielen, wie sie es letzte Saison teilweise in Ansätzen gemacht haben. Denn dafür wäre Pfeiffer auf jeden Fall geeignet. Auf jeden Fall muss man sagen, dass die Augsburger sich stetig qualitativ gut verbessern, was den Kader betrifft. Denn wenn man jetzt mal schaut, wen die in der Innenverteidigung zur Verfügung haben, dann haben die da einen Maxi Bauer, okay, einen Rauwe Leo als Kapitän und extrem erfahrenen Spieler, einen Oxford, wenn er mal von seiner Verletzung zurückkommt, auch ein extrem guter Innenverteidiger, einen Udo Kai, der auch ein bisschen Verletzungsprobleme hatte letzte Saison, aber generell auch extrem stark ist und dann eben jetzt noch Pfeiffer als vielversprechender Spieler, der auf jeden Fall noch einiges am Potenzial mitbringt und sich je nach Entwicklung des Vereins auf jeden Fall gut mitentwickeln könnte oder sich vielleicht sogar über das Niveau des Vereins hinaus entwickeln könnte. Alles in allem sind das zwei Transfers, die den FCA vor allem für die Zukunft extrem gut ausstellen. Man holt sich einen Torhüter, der die nächsten Jahre da auf jeden Fall performen kann und einen weiteren Innenverteidiger mit großem Potenzial, der auch eine Direkthilfe sein kann, je nachdem wie man ihn einsetzt. Dementsprechend muss man einfach Augsburg loben, gute Transfers ohne großes Risiko, beide ablösefrei. Selbst wenn man das Geld hätte, hat man es jetzt hier eben nicht ausgegeben und kann es an anderen Stellen verwenden. Ist einfach gutes Business, muss man sagen, ob man Augsburg jetzt mag oder nicht. Das soweit meine Einschätzung zum Transfer-Doppelpack der Augsburger. Teil der meine Einschätzung, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!